Hallo, mein Name ist Patrick Baboumian. Ich bin ehemaliger deutscher Juniorenmeister und mein erstes Mal ist schon zehn Jahre her. Ich habe damals mal meinen damaligen Trainingspartner beim Wettkampf begleitet und fand das eigentlich total faszinierend und hätte eigentlich nie gedacht, dass ich jemals irgendwie so aussehen könnte wie die Jungs auf der Bühne. Ich habe dann gedacht, naja, versuch's dich mal, versuch's mal und im Endeffekt lief es dann doch ganz gut. Es hat dann auch noch gereicht, um Leute wie Andreas freizuschlagen. Also ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit dem Gedanken befasst, mal einen Wettkampf zu machen. Tut's, es lohnt sich. Jaa, 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 jaa. Vielen Dank.